Herr Hohgräbe, Eko Schulte hat doch eigentlich alles im System. Wozu noch ein Unternehmen für Türdrücker? Über den Türdrücker kommen wir im ersten direkten Kontakt mit dem Gebäude. Diese Berührung bestimmt unterschwellig mit, ob wir uns in dem Gebäude wohlfühlen oder nicht. Deshalb sind Türdrücker für Architekten, aber auch für alle Menschen ein besonderes Thema. Klar haben wir von Eko Schulte schon ein abgerundetes Portfolio rund um die Tür, aber hier nutzen wir eher allgegenwärtige Klassiker oder klassische Formen. Das skandinavische Design von Randi rundet das ganze Portfolio ab und bildet hier das i-Tüpfelchen. Was steht hinter dem Namen Randi? Eine traditionsreiche Metall- und Türgrifffabrik aus Randers, Dänemark. Gründungsjahr 1887. Aber schon bereits 1948 wurde die Zusammenarbeit mit namhaften dänischen Architekten aufgenommen und viele tolle Produkte entworfen. Und seit 2014 gehört Randi zum Eko Schulte-Verbund. Schöne Geschichte. Was habe ich davon? Randi ist eine Manufaktur. Unsere Design- und Entwicklungsabteilung ist heute in der Lage, ganz individuelle Entwürfe und Vorstellungen von Ihnen umzusetzen. Wir nennen das Ganze Bespoke Design. Hier machen wir Ihre Ideen begreifbar. Klar machen wir das auch für kleinere Losgrößen. Für uns und für Sie ist es aber interessanter, wenn wir es für größere Gebäudekomplexe wie beispielsweise Hotelketten umsetzen können, wenn die Tür zum Corporate Design passen soll. Haben Sie eventuell Interesse? Leider nein. Ich wohne nur Belletage. Haben Sie dafür etwas Passendes? Aus der Serie? Hier sehen Sie eine Vielzahl unserer Randi-Türgriff-Modelle. Dieser hier beispielsweise, der Comet von C.F. Möller Architekten, hat das Zeug zu einem echten modernen Klassiker. Ein Kunde und Architekt, welcher bereits ein komplettes Gebäude mit Tür- und Fenstergriffen dieser Serie ausgestattet hat, hat etwas sehr Schönes über diesen Griff formuliert. Das würde ich Ihnen gerne vorlesen. Dieser Drücker ist sehr zeitgemäß, ohne modisch sein zu wollen und das in einer schlichten und unaufdringlichen Form, an der man sich auf Dauer nicht leid sehen wird. Ein schönes Kompliment, was den Kerngedanken des skandinavischen Designs auf den Punkt bringt. Schön ausgedrückt, das mit dem Drücker. Vielen Dank. Vielen Dank.